Hallo meine Lieben und Willkommen zum OP Simulator! Grandfather, äh, Grandpa, Grandfather Simulator. Kleinigkeit. Ich fange gerade mal an. Ich will einfach mal wissen, wie es aussieht. Wie geil. Wir spielen heute in OPI. I made this game alone. If you have any complaints or suggestions, write to a male. I wish you a good game. Okay, also derjenige hat das alleine programmiert und wenn irgendwelche Kleinigkeiten noch zu fixen sind, whatever, sollen wir ihm Bescheid geben. Okay. Oh, holy shit, was war denn das eben? Okay, wir sind Opa. Pressure Pills, Stomach Pills, Eye Pills. Okay. Ah, so. Okay. Einfach mal auf einem Flachbildschirm, wenn sie gucken. Oh, meine Schildkröne, wie geil. Oh, die Killertaube. Bestes Nation. Okay. Okay. Wieso muss das so laut sein? Okay, Schach. Ein Wildschwein. Okay, aus. Ich habe keinen Bock mehr. Ein Ball. Kann ich den werfen? Okay, wir sind ein Opa. Wir sind ein Senior. Ohne Beine, ohne Körper. Äh, so. Schmuddelhäftchen sind auch dabei. Wir nehmen einfach mal unsere Pillen. Ach du Scheiße. Ich hab da einfach nur Bauchschmerzen. Frischer Pills. Okay. Was war, was wär da für ein Film? Oh mein Gott. Was ist hier los? Ähm, Augenpilz. Äh, Pilz, genau. Augenpillen. Alter, wie geil. Ich will aufstehen. Oh mein Gott. Ich will aufstehen. Pflegerin. Kommen Sie doch mal her. Ich hab mir die Hose gemacht. Ich seh so viele Farben. Warte, mit dem Fensi kommt das bestimmt noch geiler rüber. Die Schildkröte. Die Diskotaube. Okay. Kann ich jetzt nur Fensi gucken die ganze Zeit? Ähm. Ich würd gern mal aufstehen oder so. Kann ich nicht... Ah. Oh, Schlafpillen. Ich muss aufs Klo, Mann. Pflegerin. Sie meckert mich an. Räume den Scheiß weg, Alte. Hallo. Was ist mit der los? Willst du den Link oder die Rechte? Äh. Aua, Feige. Ich will hier aufstehen. Spiel Ball mit mir. Hallo. Guck dir mal die Taube an. Guckst du dir an? Ich will aufstehen, Mann. Ich hab Hunger. Gib mir was zu futtern. Dass ich den Ball nicht werfen kann, ist schade. Soll ich mal die Schlaftabletten nehmen? Nein. After drinking this pill, you will fall asleep and wake up only at night. Are you sure? Nein. Ah. Los, Tante. Ich hab Hunger. Was haben wir da? Alles... Alter, das sind Donuts. Was ist wenn ich Diabetes hab? Aha. Mh. 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 Dankeschön. Was Süßes. Geil. Oh, ich feier den Stil so. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Der Donut schmeckt ja vorzüglich. Was ist wenn ich kacken muss? Ich schläft ihn so lange, bis er mich umbringt. Ich hab schon gar keinen Bock mehr. Ich hab fertig gegessen. So. Frühstück. Äh, Frühstück. Gefrühstückt hab ich schon. Oh mein Gott, das ist doch furchtbar. Spaß. Was ist das? Hm. Was kann ich mit dem Ball machen überhaupt? Oh, da ist ein Hund. Den hab ich erst jetzt gesehen. Old Rags. Hallo Hundi. Macht der überhaupt was? Ich hab den gar nicht gesehen, weil der Hund ist weiß. Der Teppich ist so weiß. So weiß-beig. Kann ich nochmal eine Ladung Donuts dazu was anderes zu futtern? Danach nehm ich die Schlaftabletten. Vielleicht wache ich dann nie wieder auf. Die Pillen hier. Oh, da ist diesmal zwei Schokoladen Donuts. Der bringt die mich auch auf den Klo oder so? Komm, ich nehm jetzt mal die Nachttabletten. Kann ich dann nachts raus aus dem Haus? Keine Ahnung. Go to the toilet. Alter, wie das aussieht. Oh, L. E. J. N. Ich wusste gar nicht, dass man da hier drücken muss. Muss ich das spammen oder so? Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ich... Oh nein. Das ist so furchtbar. Man entwickelt sowas. Ne. Nein. Ja, du hast das Klo geschafft. Danke schön. Take Rex home. Make sure that this dog is not distracted. Okay. Okay. Achso, da ist der Hund. Was ist das? Flasch oder so? Geh weg von meinem Hund. Hau ab. Was ist schon... Hä? Kann ich ihn nicht kaputt schlagen oder so? Genau. Ich gehe mit meinem Hund Gassi. Sieht aus wie so ein Werwolf, ey. Wie so ein Wolf. Kann ich springen oder so? Oh. Was ist denn hier los? Was ist los Rex? Das ist nur ein Hydrant. Ah Sup... Na ja, der sie spürt überhaupt nicht. Hello, Mann. Amut jetzt? Hallo, ist das ein Hund? Tja. Wischen Sie hier. Oh, trickle horsey aus? Also alles was ihn stört, muss ich kaputt schlagen, oder? yep. Wchen Drumazzi. Oh, nein. Oh, da ist ein Hund mit Schleife dahinten. či cht. ja süß aus. Sag jetzt, ich muss das Schild kaputt machen. Oh, ist das hier irgendwie ein Filmset oder so? Das sei einer umgekommen. Oh mein Gott. Also ich frage mich, wer auf sowas kommt. Ich meine, das sieht ja schon witzig aus. Der nächste Hydrant. Ja, ist ja gut. Okay. Was machen sie da? Okay, gegen Frauen hat er ja anscheinend nichts. Das ist schon mal gut. Oh, das Schild. Ja, ich weiß. Oh, nicht getroffen. Nein. Es gibt keine Bräute für dich. Ähm, kommen da Autos? Nö. Okay, den schlage ich schon mal kaputt. Weil der Hund bestimmt wegen dem sich wieder aufregt. Lass das nicht so machen. Haben Sie gehört? Mein Hund kann sich nicht leiden. Wieso kann ich ihn halt? Wieso treffe ich den nicht? Genau. Joboffers. Ah, das nächste Schild. Also. Oh mein Gott. Ich treffe schon wieder nicht. Bin ich zu weit weg. Nein, Rex. Was will ich raten? Hydrant wieder. Und den komischen Endman. Ich frage mich, was er gegen den Hydranten hat, der Hund. Ach, da ist ja schon die Haushälterin. Oder? Ist die das? Ne. Hä? Jetzt stehe ich schon bei dem und kann den rumhauen. Ah, geht schon. Ah, ich glaube, da wohnen wir. Alter. Was ein Spiel. Oh mein Gott. Ich bin erfolgreich mit dem Hund Kassi gegangen. Dismadegamer. Okay. Fängt ja von neu an. Okay. Also. Ich war mit einem angezockt Video noch nie so schnell fertig. wie heute. Die Taube hat mich gekillt. Wirklich. Oh mein Gott. Destination Dialogs. Oh Gott. Ja, Rex. Kann ich den Ball nicht schmeißen irgendwie, dass der den holt? Kann ich den nicht werden? Oh. Ich kann den echt nicht schmeißen, den Ball. Was für eine Funktion hat er dann? Rex, guck mal hier. Bällchen. Also ich finde, er hätte noch ein bisschen mehr machen können. Ich wusste jetzt nicht, dass das Spiel so schnell rumgeht. Mach mal die Musik an. Gib mir den Donuts, älter, die Klappe. So. Irgendwie so. Komm. Wir nehmen jetzt auf einmal alle Dusche an. Oh, ja. Oh mein Gott. Was sind denn das für komische Dinger? Oh, die Donuts. Dong, 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 dong. Ding, 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 ding. Kann der eigentlich schon sterben? Ding, 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 ding. Ich komme nicht drauf klar. Hey, mach mit. Oh mein Gott. Ich komme nicht drauf klar, mir. Kann man das an Müll machen. Das letzte Mal kommen schon Leute. Und die Tauben aufhören. Oh mein Gott, nein. Oh Mann. Das ist so duisch. So kaputt. Ich habe doch nie so ein kurzes Video gemacht. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Däumchen oben, bitte. Das wird mich so. Bitte, wenn ihr Donuts mögt, ein Like da lasst. Ich muss noch einmal machen. Das Schwein fehlt noch. Okay, okay, okay. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich seit rechtzeitig aufs Klo packe. Ach Gott, ich habe schon eigentlich mal so gelacht. Ich schaffe es nicht aufs Klo. Irgendwie so mitten im Flur will ich umkippen. Ich habe es fast geschafft, Leute. Das Bläschen drückt so sehr. Oh nein. Ich schaffe es jetzt auf den Boden hin. Irgendwann reingemacht. Oh je. Kommt da jetzt noch was anderes? Oh nein, ich will noch mal auf Kassi gehen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es euch hat das Spiel gefallen. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis bald. Euer D4Denum. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.